Also, ich seh auf dem Dach oben, da wackeln Köpfe, Alter. Ja, aber da sind auch weiße Flecken, das sind Zombies. Das sind Zombies oder Enemies. Eins, zwei, drei Stück, vier, fünf, warte mal. Zwei Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ich seh mindestens sieben Feinde. Mindestens. Also entweder das sind Feinde oder das sind Zombies. Weil die oben wackeln wie Zombies, die bewegen sich auch nicht. Taktisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Holy fuck. Ich hab sieben mal sieben Schuss. Vermutlich. Also, auf dem Dach sind auf jeden Fall zwei ineinander. Entweder die machen gerade Arschbumsen, weil das sieht irgendwie so aus, als wenn der eine Zombies den anderen anal nimmt. Das sind Jugendfreie Videos, die wir hier drehen, oder? Eigentlich ist der Zett ja ab 18, oder? Oder ab 16, Arma 2, mit dem Schießen. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall verwende ich Fäkalsprache. Wenn das irgendwelchen Eltern nicht passt, von 15-Jährigen, die vielleicht zuschauen, dann schalten sie jetzt aus und sagen sie ihrem Sohn, oder sagen sie ihrem Sohn gar nichts. Schlagen sie ihn einfach und wenn er fragt, warum, sagt ihr, weiß ich noch nicht. Das ist immer das Beste. Erstmal schlagen und wenn er dann fragt, wofür war das denn, weiß ich noch nicht. Nein, nein, nicht schlagen, nicht schlagen. Doch, doch, weiß ich noch nicht. Das ist doch gerade, du bist das vor mir, ne? Ja, ja. Alter, wichst nicht vor mir rum, wenn ich durchs Fernglas gucke. Komm hoch, ich wollte auch mal ein Video zu sehen sein, komm jetzt. Oh, du bist so oft im Video, Hasi. Meinst du? Ja, natürlich. Ich gucke gerade auf deinen Arsch. Das habe ich mir gedacht. Finde ich geil. Dein Ratzen ist so klein. Das habe ich auch schon öfter gehört. Also, ich glaube, wir müssen hier... Ich gehe jetzt drauf zu, Mann. Ich gehe jetzt einfach rein, vollautomatisch raus, Amok schießen und wir sterben. Es kann sein, dass wir... Ne, das werden wir nicht. Es kann sein, dass wir gleich nochmal kurz eine Aufnahmepause machen müssen. Nein. Definitiv jetzt nein. Du kannst eine Aufnahmepause in 17 Minuten haben. Okay. Aber ich pausiere jetzt nicht nochmal, ey. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Punkte. Okay, komm, wir gehen rein und hauen die um. Nein. Na klar, komm, das sind nur sieben. Wie viele haben wir gerade umgelegt? Bestimmt 20. Ja, aber... Ich weiß nicht, ob die hier langsam gehen oder nicht. Das ist das Problem, mein Freund. Das werden wir gleich sehen. Oder ob die rennen. Warte, lass uns dann erstmal hier unten links rein und den ersten dann wegohnen. Warte, ich lade mal nach. Okay, lass mal von links rein. So, YouTube reinschneiden. Lass mal von links rein. Warte mal, warte mal, bevor wir irgendwas machen. Boah, sind die laut, Alter. Okay, das sind sechs und einer ist unten. Lass mal erstmal hier unten rein. Eins, zwei, drei, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind mindestens sieben. Aber ich hoffe, hier sind nicht noch mehr in der Umgebung. Halt da, höll das mal an. Ja, ja, besser nicht. Also die haben auf jeden Fall Koitus. Also wenn die kein... Für alle, was Koitus ist, Verkehr, Liebe, Sex, Koitus. Jetzt müssen wir uns mal konzentrieren. Okay. Ich geh mal rechts rüber. Ich hab links die Seite. Boah, sind die laut, ey. Ich hoffe, hier sind nur keine Player, Mann. Boah. Warte mal. Schock. Hörst du die auch so laut schreien? Ja, aber richtig, Alter. Die stillen voll ab, Mann. Hier ist auf jeden Fall kein Eingang. Doch, doch, ist. Auf der rechten Seite. Da waren wir noch nicht. Kannst du oben einen aus dem Fenster rausholen? Durchs Fenster durch? Warte mal. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Äh, äh. Da steht einer, ich sehe einen. Warte mal. Ich könnte ihm fast einen Headshot geben. Der Winkel reicht nicht ganz. Nicht schießen, komm hier rein. Komm hier, hier rechts ist die Eingang. Ja, warte mal. Guck mal lieber nochmal hinter dich. Ist da alles sicher? Jupp. So weit sehe ich nichts. Und wir stellen uns jetzt an die Tür und ballern in die Tür rein. Da ist er, der eine. Warte mal. In die Tür? Willst du warten, bis alle runterkommen, oder was? Bam, der erste ist tot. Der erste ist tot. Willst du reingehen? Ja, lass uns reingehen. Ich deck nach hinten ab, nur nach vorne, oder wie wollen wir es machen? Nein, nein, nein. Einfach hier auf der Treppe bleiben, so. Komm mit hoch auf die Treppe. Wir looten nachher alles, ne? Jo, da ist er. Da ist noch einer. Hast du ihn? Nein, gegen die Wand geschossen. Warte, warte, warte. Jetzt ist er down. Ist er down, er ist down, er ist down. Du musst aufpassen, dass wir hier nicht die Treppen runterfallen, sonst haben wir ein Problem. Warte, den umhole ich. Ne, warte, 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 warte. Der chillt gerade ab. Ich hoffe, wir finden hier eine Map. Wir looten nachher. Ja, ja. Boah, jetzt eine Granate wäre nice, ey. Hast du nicht eine? Ne, leider nicht. Ich auch nicht. So, hier unten sind die alle. Das ist das Problem. Warte. Warte. Einer ist gerade runtergespawnt. Der stand gerade vor uns. Ich werde geschlagen. Feuer. Ich werde geschlagen. Warte, warte. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hier ist wieder eine Infield mit Muni für dich. Ja, warte, warte, warte. Warte, ich lade nach, warte. Ich lade nach, ich lade nach. Die oben sind geil, die oben sind richtig geil. Warte mal, ich gehe jetzt. Kann ich die Infield nehmen? Nein, nein, noch nicht. Warte. Zu spät, ich habe schon gedrückt. Warte, ja, sorry. So, ich habe wieder eingeowned. Oben sind noch zwei, drei. Drei sind noch oben. Ich komme hochgerannt. Ja, drei sind noch oben. Ich blute nicht. Gut, bei mir ist alles in Ordnung bis jetzt. Warte, ich komme. Wie viel Blut hast du noch? Genug. 11.000 noch. Ich komme hoch, ich komme hoch. Mach mal Platz. Warte. Ich kann nicht fallen. Nee, nee, ich habe sie alle. Warte, da ist der letzte. Der ist auch down. Gut, alle weg. Alle tot. Ich lade nach. Okay, schnell looten hier oben und dann runter. Dann weg. Würde ich auch mal sagen. Geil, ich habe Essen gefunden beim Zombie. Ich auch. Das ist super. Aber ich habe keinen Platz mehr. Ja, dann lass mich nehmen. Wo hast du Essen gefunden? Hier, bei dem Typen. Okay, warte. Warte, ich habe noch Platz. Ich packe es ein. Alles gut. Okay. Im Ranzen musst du halt gucken, ob du noch was hast. Ja, ja. Ist bei dem noch irgendwas? Nee, ich mache Hidebody. Hidebody brauchst du nicht machen. Lass uns einfach hier verschwinden gleich. Hast du die beiden gelootet hier? Ja, da ist nichts mehr drin. Loote mal den auf der Treppe. Ja, geh nun mal weiter runter. Ja. Ich deck mal unten ab. Holy fuck. Oh, der hat... Eieieieieiei. Hier ist eine Wasserflasche. Hier ist eine leere... Eine leere Wasserflasche. Ja, nimm es mal. Nimm ich mal mit. Warte, ich nehme auch die Lee Infield einmal mit. So, ich habe einmal Lee Infield mitgenommen. Mehr hat er sonst nicht. Nimm mal die Infield. Da. Und nimm dir mal... Lass mich mal einmal Muni noch nehmen. Ich kann hier gar keine Muni nehmen im Moment. Kannst du gar nichts mehr nehmen? Nee, warte mal. Ihr zeigt es mir nicht an. Warte mal, ich mache mal Close Back. Doch, jetzt kann ich. Warte mal, ich lasse mal das fallen. Und das Fleisch lasse ich auch nochmal fallen. Ich schaue mal einmal Painkiller weg. Nimm mal noch einmal Lee Infield mit. Nimm noch einmal mit. Hast du? Gut. Ja, habe ich. Gut, warte. Ich habe jetzt viermal mit. Aber du verlierst ständig Sachen. Bei dir fallen irgendwelche Sachen raus. Ja, ich habe was rausgepackt. Aber warte mal, das Fleisch wollte ich nicht rauspacken. Warte mal, ganz kurz. So, die Empty Bottle nehme ich wieder mit. Warte, ich mache mal Open Backpack. Ich habe noch viel Platz. Also, ich habe jetzt noch zwei Plätze in meinem Ranzen. Und ich habe nur noch... Warte mal, Close Back. Und jetzt habe ich nur noch einen Platz in der... Ich höre hier einen Zombie. Ja, unten sind zwei Leute. Aber die machen noch nichts. Unten sind zwei Zombies. Aber die gehen nur. Warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken. Also, ich habe in meiner Tasche... Lass uns draußen gucken. Lass uns erstmal weg hier. Warte mal kurz. Hier sind noch Sardinen. Sardinen. Hier in dem Typen. Hier, wo ich stehe. Ja, warte mal, ich muss erstmal kurz Gier machen. Kann ich die Munition stapeln von der Infield? Nein. Kannst du nicht. Wenn ich jetzt Kombi for Revolver mache, diese... Nicht machen, dann hast du Revolver-Munition. Diese F45 ATP. Das ist nicht gut, ne? Ne, dann hast du... Warte, soll ich mal irgendwas weglegen? Also, ich habe nur noch einen Platz in meinem Ranzen. Dann nimm mal hier das Essen mit. Bei dem Typen, bei dem grünen hier. Den habe ich schon versteckt. Den da vorne? Okay. Ja. Unten sind welche. Ja, ja, die können wir auch platt machen. Warte mal kurz. Ich muss jetzt erstmal gucken. Was ist denn alles wichtig? Ist Painkiller überhaupt wichtig? Ich glaube im Moment nicht. So viel auch nicht. Denke ich mir mal. Hier ist noch ACP-Munition. Brauche ich ja nicht. Die kannst du für die 1911 nutzen. Ja? Okay, die nehme ich gleich mit. Warte, ich komme gleich runter. Ich habe jetzt noch zwei Plätze in meinem Ranzen. Und noch einen Platz im Inventar. Brauchen wir überhaupt die leere Wasserflasche? Ne. Schmeiß weg. Weil ich habe eine Wasserflasche voll und du hast auch eine. Schmeiß weg. Okay, dann habe ich noch zwei Plätze so im Inventar. Fuck, wir bräuchten nicht. Dann komm mal runter. Nimm mal hier die Magazine noch für die ACP-Munition. Warte, hier ist auch noch irgendwelche Muni auf der Treppe. Ja, die sollst du ja nehmen. Und auf dem anderen Treppenabsatz sind auch noch welche. Ah, nice. Wo wird denn das immer hingelegt? Ah, gut, unten ins Fach. Das ist perfekt. Ja, unten ins Fach. Warte, ich gehe hier lieber runter. Eine schöne AK. Ja, scheiß auf die AK. Wenn du da eine große Waffe hast mit Munition, dann nimmt man lieber die mit. Kann ich die schon stapeln, die Dinger? Ja, ne? Was denn stapeln? Die Muni. Ne, ne, kannst du nicht. Die ACP. Oh, da unten ist eine Waffe. Ja, eine Makarov. Brauchst du nicht. Ne, brauche ich auch nicht. Ich habe eine 1911. Warte, ich muss ja jetzt, warte, ich gehe kurz ins Gear. Ich muss diese ACP, diese Revolver, muss ich Kombi vor M19. Rechtsklick, Kombi von 1911, genau. Ja, mache ich gerade. Alter, ich habe jetzt die ganze Tasche voll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Magazine für die M1911. Acht Magazine. Das ist gut, ich habe nur sechs, aber das reicht. Hier unten ist noch eine Bandage. Willst du die mitnehmen oder raus? Bandage brauche ich nicht. Warte, ich nehme die M1911 erstmal in die Hand, weil ich habe davon zu viel Munition, Alter. Sieben Schuss und sieben im Magazin. Ja, das macht Sinn. Die nehme ich auch mal. Komm mal runter. Und sicher mal den Eingang. Ich gucke mal auf die Map. Hast du den Eingang? Warte kurz. Warte, jetzt habe ich den Eingang. Gut, behalte ihn mal im Auge. Ja. Okay. Das Ding haben wir. Schräg gegenüber ist noch was, wo wir looten können. Schräg gegenüber? Links, rechts oder geradeaus einfach? Muss ich gucken, keine Ahnung. Ich nie den... Jo. Warte mal, ist das ein Zombie da unten? Ja, ja. Genau da unten drin. Können wir da reingehen? Ja, sieht so aus. Dachte ich zumindest. Ja, da liegt noch was. Ich weiß auch mal nicht was. Sicherst du, ich gehe gucken? Warte, 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 warte. Ich komme erst mal mit runter. Lol, wo hängt der Typ? Bro. Oh, fuck. Was ist das? Ne, der schreit nur ein bisschen mehr. Ist denn der neben mir stand gerade? Der ist hier drinnen. Wo drin? Da drin? Ah, sind diese Red Flares? Ja, der ist hier drinnen. Warte, ich gehe mal rein. Ah, der geht doch... Ja, da ist ein Zombie. Warte. Lol, ich schieße hier gegen eine Wand. Hast du ihn? Ne, ich kann ihn nicht treffen. Ich schieße hier gegen eine Wand. Warte, warte, warte. Nicht feuern. Ich komme rein. Komm mal rein. Ich kann nicht schießen. Also hier ist auch nichts drinnen. Den kann ich nicht erschießen. Ja, dann raus, dann raus, komm. Komisch immer. Ach, hier ist eine Brechstange. Ja, braucht man nicht. Wofür braucht man den Scheiß? Zum Schlagen, wie mit einer Axt halt. Los, los. Warte, ich komme. Und zwar hier nichts mehr, ne? Ne. Okay. Da hinten ist eine Stadt oder sowas. Ja, ich weiß. Da will ich ja hin. Die Schneue ist da. Die Schneue ist, okay. Oh, dir war gar nicht schlecht, ey, die Burg. Da war ordentlich was drinnen. Ja. Aber hier, wir müssen ja aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen, ey. Hier gehe ich mal lieber. Alter, hier ist offenes Feld, Mann. Hm, aber links ist ein bisschen ein Baum. Ja. Wir gehen links außenrum, oder? Ja. Und nähern uns dann sowieso von der Rückseite der Stadt, oder? Weißt du, was ich gleich mal mache? Ich nehme gleich mal, warte mal, bleib mal du hier. Sicher mich mal ab. Wo bist du? Hinter dir. Ich mache mal das Fernglas. Ja. Ich checke mal ein bisschen die Stadt ab, Alter. Ganz hinten ist wieder eine riesengroße Scheune, die offen ist. Ganz, ganz hinten links am Ende. Ja, da kann man auch rein, definitiv. Wo der Tank auch, da ist auch so ein Wassertank oder was auch immer, ein Öltank oder was auch immer das immer ist. Da kann man rein. Da kann man rein. Die Frage ist... Spieler sehe ich jetzt nicht. Du hast die Map nicht offen im Moment, ne? Nee, ich habe die Map nicht. Ich kann nicht raus, weil ich gerade aufnehme, deswegen... Ist nicht so schlimm, kein Problem. So. Wir können natürlich die Stadt looten und dann ans... Ja. Boah, meine Hände schwitzen. Ich bin voll nervös, Alter. Wegen der Burg noch. Ja, der Zombie hat mir eine geklatscht. Ich habe noch 11.700 Blut, also mir fehlt nichts eigentlich. Ja, lass mal, das füllt sich auf, glaube ich, wenn wir essen. Ja, aber oh, der Blockpack benutze ich auch nicht wegen so einem Scheiß. Nee, nicht wegen dem. So, Frage. In die Stadt rein? Glaubst du, da sind gute Sachen? Guck mal auf der Karte, was man da looten könnte. Nee, ich glaube nicht. Weil wenn da nichts zu looten ist... Aber wir könnten an der Stadt vorbei, da vorne. Ja. Pass mal auf, warte mal. Ja. Lass uns mal runter zur Straße. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wir da drauf gucken. Ist rechts eine Straße? Siehst du da eine Straße? Nee, guck mal, du kannst dich so orientieren, wie wir drauf gucken. Wenn du auf der Map ein ganz, ganz langes Haus siehst, dann ist das die Scheune. Dann müssen... Okay. Dann geht links die Straße hoch. So ein Feldweg. Komm mal hinter mir her. Komm mal hinter mir her. Warte kurz, warte kurz. Du bist wieder vor mir gewesen. Ich habe schon wieder gedacht, ey. Okay, ich packe mal meine Dings wieder ein. Genau, komm mal mit. Ich will mal was gucken. Wo you sein? Ah, da you sein. Wie wir durch die Lande ziehen, ey. Ja, aber bis jetzt läuft es ganz gut. Also bis jetzt, ja, aber weil wir uns auch... Weit beim Durchschnitt, auf jeden Fall. Also weil wir uns auf jeden Fall auch nicht auf den Straßen so aufhalten wie vorher, so blöd immer. Ja, und weil wir die großen Städte meiden. Ja, weil wir haben ja eigentlich Waffen, um es zu verteidigen. Waffen holen, ein bisschen trinken, ein bisschen essen und dann ab in den Wald. Ja, warte mal, ich mache mal kurz B. Ich will mal kurz die Stadt. Ich kann hiervon wieder einen anderen Winkel einsehen. Genau darum geht es. Da geht eine Straße hoch, ne? Ja, rechts hoch. Rechts geht eine Straße hoch. Da will ich lang mit dir. Da wollen wir links. Ich will die Straße lang. Da ist auf jeden Fall ein Autowark geradeaus und ein Haus. Ich will an dem, an dem Straße, ich will diesen, diesen, ja, diesen Bergpfad da hoch. Warte mal. Okay, ich sehe in der Stadt gar nichts. Auch keine Survivors. Aber wir sollten lieber nicht zu, ja, wir sollten nicht zu sicher sein. Es kann immer sein, dass da irgendeiner rumgammelt, Alter, oder rumschimmelt. Also ich sehe jetzt auf jeden Fall nichts. Lass uns mal diesen Feldweg da hoch. Da rechts hoch, ne? Mhm, komm mal mit. Ich renne jetzt mal. Hier runter zur Baumgruppe, weil das ist mir sonst ein bisschen zu offen alles. Bist du hinter mir? Warte mal. Okay, das ist kein Enemy, der bewegt sich nicht. Ich bin genau hinter dir in der Tanne. Ja, ich bin direkt vor dir. Drennst du jetzt weiter? Nein, wenn du kriegst, kriege ich auch. Ups, du bist gerade mir vorbeigerannt. Ist ja geil. Okay, ja, ist ein bisschen buggy halt, ne? Warte mal. Ist das ein Hopper gewesen jetzt? Ja, es war ein Hopper, okay. Alles klar, alles klar. Das sah aus wie ein Player. Ja, das Gute ist, wenn man so tot am Boden liegen bleibt, so ein bisschen. Das Blöde ist halt, wenn man auf uns zählt, dann sieht man gleich den Namen, ne? Ja. Sag mal Bescheid, wenn die Aufnahme pausiert, bitte. Ja, ja, muss gleich, warte, ich guck mal ganz kurz. Zwei Minuten. Okay. So, das ist als Eingangsschild. Wir versuchen, die Zombies zu umgehen in der Stadt, ne? Also, ich umgehe die komplett. Ich würde jetzt auch sagen, wir robben hier einfach geradeaus weiter. Ja. Und machen einen schönen, großen Bogen um die Stadt rum. Verteidigen können wir uns ja im Zweifel. Ja, ja, das ist ja... Ja, aber offenes Feld ist immer scheiße, weil da können die von allen Richtungen kommen. Ja, nur das Problem ist, wir haben hier keinen Schutz mehr. Also, ich wüsste auch nicht, wie wir laufen sollen. Ne, ne, wir gehen einfach weiter jetzt. Und wenn die uns angreifen, dann nimmst du die Füße in die Hand und dann rennen wir ganz, ganz hinten zur großen Scheune rein und dann sollen die da alle reinkommen und dann ballern wir die alle an der Tür ab. Die Zombies oder wenn Spieler auf uns schießen? Die Zombies und Spieler auf uns schießen, ganz ehrlich, dann Disconnecte, ich glaube. Ja, wenn die uns nicht wieder One-Shot treffen, ne? Ja, ich denke mir mal, dass beide Male waren irgendwie die Hacker da. Weil das kann ja nicht sein, dass die irgendwie, dass wir die nicht sehen. Und die haben ja auch geschossen und wir sind ja auch in denen ihre Richtung gegangen. Und trotzdem war der nicht da. Der war auf einmal wieder hinter uns. Wie soll das denn gehen? Wie oft waren wir bitte bei dem, ey? Das ist voll krank, Mann. Warum verlieren die eigentlich dauernd die Connection? Ich habe noch nie die Connection verloren vom Server, noch nie. Keine Ahnung, das frage ich mich auch manchmal. Warte mal kurz, gib mir mal einmal kurz Deckung. Wo bist du? Da. Ja, ich will mal kurz in die Stadt reingucken mit dem Teleskop, wollte ich gerade sagen. Boah, Alter, wie meiner erschöpft ist, obwohl ich nur krieche. Wie krank. Ich kriege auch langsam wieder Hunger. Ja, ja, ich auch. Aber wir haben ja mehr als genug. Ich habe alleine in meinem Ranzen, glaube ich, sechs Dosen fressen. Boah, ich wollte gerade sagen, Survivor ist vorne. Alter, das war es wieder vor Games, ey. Boah, habe ich mich wieder erschrocken, ey. So, komm, lass uns mal hier oben Richtung Wald krabbeln. Auf dem kürzesten Wege. Ja, einfach gerade hoch am besten, ne? Ja, ja, genau. Kein, wie er dann immer seine Knarre nimmt und das so wechselt. Das Spiel ist auf jeden Fall richtig cool, ey. Ich liebe das Game. Das ist zu geil. Macht so Fun. Könnte man den ganzen Tag spielen, irgendwie. Oh, help me. I'm hanging in the bush. I'm hanging fest in the bush. Wo bist du denn, Bro? Hier oben. Ich kriege ja eigentlich quer, was fällt. Du musstest mich sehen. Okay, du bist ein bisschen versetzt von mir. Naja, genau.